Hallo, herzlich willkommen bei der Küchenlogen Schwagenfeld. Gerne gehen unsere Ideen auch über die normale Küchenplanung hinaus, sodass wir auch gerne... Sieht alles schick aus. Ja klar sieht es schick aus, wie soll es sonst aussehen? Unsere Beratung geht bei der Küche gerne... Ähm, 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 ähm... Gerne geht unsere Küchenberatung auch über die normale... Gerne geht unsere Beratung auch über die normale Küche hinaus, sodass wir auch... Ach, das ist auch... Unsere Ideen gehen gerne... Küchenlogen Schwagenfeld, immer eine Reise wert. Ich fange den Satz immer beschissen falsch an. Warte, wir spulen nochmal zurück. Ja, die Küchenlogen... Ja, die Küchenlogen... Ja, geiler Laden. War doch gut, oder nicht? Ja, aber klingt wieder wie Stock im... Ja, ist aber geil. Gut, ich würde sagen, wir brechen das Ganze jetzt ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit für diesen tollen Videodreh. Würde mich freuen, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Und jetzt die Tagesthemen.